Willkommen zu ein paar Timulea 101s. Ich hoffe, der Sound bzw. vor allem so Lautstärke von Ingame-Sound und sowas gehen in Ordnung. Ich habe nämlich gerade keine Kopfhörer auf und die Kopfhörer liegen gerade nicht mal bei mir im Zimmer, sondern die müssten irgendwo noch unten an meinem MacBook rumfliegen. Deshalb kann ich das jetzt nicht so ganz checken. Deshalb, ja, hoffe ich. Ich muss sagen, ich bin Full-Tilt, weil ich habe eben schon mal versucht, das aufzunehmen. Und was ist passiert? Mein OBS hat sich aufgehängt und ich habe gegen einen Cheater gespielt. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass der Typ weggebunt wird, weil auf Timulea, wenn du da einen Replay hast, dass der gecheatet hat, dann wird er auch weggebunt dafür und das ist schon mal ziemlich geil. Und vor allem habe ich einem eine richtig insane Kombo gegeben und wollte da einfach noch einen kleinen Montage-Struck draus machen. Aber hey, wen juckt sie? Du spendest mich mit dem Bogen, der kein Damage macht. Ähm, wir holen uns den jetzt, hoffe ich zumindest mal. Ja, ich glaube, den Typ sollte man haben. Ja, nice. Junge, der Typ fängt an, mich mit dem Bogen zu spammen, der kein Damage macht. Sind das Reetards oder sind das Reetards? Okay, let's go. Der Typ denkt jetzt wahrscheinlich, dass ich ziemlich schnell down sein werde. Ich hätte Pre-Gap müssen, dann hätte ich ihn ziemlich safe gehabt, aber der Typ passiert ohnehin schon. Ganz nett deswegen. Ja, wie sieht das? Der Typ ist afk. Geil. Eine Minute, 37 Sekunden später. Moment, er hat sich gerade bewegt. Oh, let's go. Dafür, dass er ein Alex ist, der eine Dreiviertelstunde lang fk ist, hatte sogar was druck. Muss ich ihm zulassen? Muss ich ihm einfach zugestehen? Und? Also, ich verstehe ihn nicht. Sie checken es aber auch nicht, oder? Der Typ spammt nicht weiter mit nem Bogen, der kann... Der Typ ist doch safe, maximal lost. Ganz kurz, wie kann man mit nem Bogen, der keinen Damage macht, so lange spammen und dann trotzdem noch so viel Ahnung vom Game haben? Äh... Äh... Tumolia? Geil! So, es macht auch eigentlich gar keinen Sinn, dass ich jetzt was aufnehme, weil ich hab so viel, was ich noch schneiden kann, slash muss. Aber hey, äh... Wenn ich mit meinen LKs durch bin, hab ich Zeit, wenn ich mit meinen LKs durch bin, bin ich optimistisch, dass ich den Gamescom-Block auch hinbekomme. Also, ich hab den Gamescom-Block tatsächlich nicht vergessen, ne? Also, ganz kurz nochmal zu meiner Verteidigung. Und ich hab noch zwei mega lustige Aufnahmen mit Max und Tim und... Ich weiß nicht, also bei einer war Jan definitiv dabei, bei... Ich weiß nicht, auch bei beiden. Muss ich ja auch mal editen? Also, wenn ich... Wenn ich meinen LK... Ich schreib am Montag meinen zweiten LK, wenn ich den durch habe, dann... Wow! In ner Dreiviertelstunde. Der Typ hat mich erstmal gespampt. Der Typ ist komplett awkward. So, 700er Finger, oder? Aber eben jeden Shot gedrückt... Nee. Es reicht auch mal langsam. Komm. 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 Also, dann. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega bei Like Kim 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 Abo ETC freuen. Bis dahin. Ciao.